Du weißt doch, dass man in Plymouth gerne sagt, dass jeder alles weiß. Aber wäre es nicht witzig, wenn in Wahrheit niemand irgendwas weiß? Wie lange bin ich schon auf Plymouth Island? Manchmal hat man das Gefühl, als wären wir alle schon immer hier. Was ist das? Nur ein kleiner Kratzer. Töten Sie nicht den Mann. Was? Ich möchte, dass du ihn ins Meer wirfst als Futter für die Haie. Dafür gebe ich dir 10 Millionen Dollar. Es gibt Recht und Unrecht, Himmel und Hölle. Hier passieren gerade so einige verrückte Dinge. Diese ganze Insel ist ein Teil davon. Und niemand weiß es. Okay, John, du willst die Wahrheit hören? Wissen Sie nicht. Schon komisch, das Schicksal, hm? Wo in aller Welt sind wir? Ja, aber wir dürfen keine Ahnung. Folgen? Ja. Du bist.